hallo ihr motorrad verrückten ergänzend zu den euch bereits bekannten demontage und montage videos gibt es hier eine kleine videoserie die euch den inhalt der reparatursätze von kiesern näher bringt also ich zeige euch was ist drin was wird wofür gebraucht heute auf dem tisch der reparatursatz für die yamaha fzs 600 und zwar für das modell rj02 und dort für alle betreffenden baujahre bitte denkt daran in diesem satz ist alles für einen einzelvergaser enthalten also viermal bestellen wir legen los hier ist enthalten selbstverständlich ein schickes niegelnagel neues schwimmer nadelventil also das zuflussteil der o-ring ist bereits montiert und die schwimmer nadel dann haben wir hier eine komplette gemischschraube habe ich euch hier so hingelegt in der reihenfolge wie sie auch montiert wird also die gemischschraube selbst darauf steckt eine feder dann kommt die scheibe und der o-ring diese schlanke lange düse das ist die leerlauf düse die kleinere etwas dickere das ist die haupt düse das ist hier der zerstäuber kopf für den düsenstock der haupt düse der sitzt also quasi an der stelle wo dann die teillast nadel eintaucht ja teillast nadel mit clip dann haben wir hier eine luft düse die ist also auf der dem luftfilter zugewandten seite des vergasers könnt ihr die dort herausschrauben selbstverständlich eine neue schwimmer kammer dichtung und dann gibt es hier noch vier ohrringe der große dünne der kommt an den schock diese kolben haben also alle wenn man ganz genau hinschaut einen ohrring dran die beiden gleich großen die hier liegen die sind dafür gedacht einen nehmt ihr bitte für den düsenstock der haupt düse das ein ohrring drauf und einer kann verwendet werden für den kleinen kunststoff stopfen ja sozusagen die teillast nadel also diese hier im schieber festhält ja den muss man mit einer kleinen flachen zange herausziehen und da ist so ein ohrring drauf und der ohrring hält das sozusagen in position und dann gibt es hier noch einen habe ich extra gelegt der ist wenn man genau hinschaut ein kleines bisschen größer als diese beiden und dieser etwas größere von dem habt ihr dann insgesamt vier stück wenn ihr vier reparatursätze gekauft habt und dieser vergaser hat von vergaser 1 zu 2 und von 3 zu 4 so kleine alu röhrchen als verbinder ja ich würde euch also empfehlen die vergaser voneinander zu trennen und dann könnt ihr diese dichtung hier neu machen dann fehlt euch am ende nur die dichtung für das mittige t stück und die bekommt ihr selbstverständlich auch in der video beschreibung verlinkt ja leute das war es hier mit dem inhalt für diesen reparatursatz wie immer hoffe ich das video hat euch gefallen und geholfen wir wünschen viel spaß beim schrauben viel erfolg beim projekt wenn es eurerseits fragen wünsche anregungen kritik dazu gibt dann erscheut euch nicht haut gern in die tasten schreibt eine mail oder ein kommentar freuen uns immer drüber bis zum nächsten video bis zum nächsten video